Du kommst hier nicht rein. Das sagen Türsteher, das sagen Security-Leute, das sagen Polizisten, zum Beispiel vor dem Wiesenzelt oder vor der Disco im VIP-Bereich im Stadion, vor dem Bundestag, vor dem Landtag. Da darf man nur rein, wenn man eine Zugangsberechtigung hat. Manchmal reicht eine Reservierung, vielleicht eine Eintrittskarte. Vielleicht arbeitest du da und darfst deshalb rein. Manchmal reicht es auch einfach, gut auszusehen, schick gekleidet zu sein. Aber du brauchst an vielen Orten eine Berechtigung, um reinzukommen. Manchmal wird dir auch nachträglich entzogen. Ich war noch nie in einem Wiesenzelt, aber ich bin auf dem Dorf groß geworden und auf dem Dorf, da gibt es ganz regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, Dorffeste. Großes Zelt, die Coverband spielt pur und Helene Fischer rauf und runter. Es wird gemütlich, man singt zusammen, man lacht zusammen, bis irgendwo einer den Bogen überspannt, ein bisschen vielleicht zu viel getrunken hat und es wird ungemütlich, jemand fängt eine Schlägerei an. Immer wieder passiert und immer wieder war die Security ziemlich schnell da und hat den Bösewicht, meistens sind das ja dann Männer, die da ungemütlich werden, am Schlawittchen gepackt, raus aus dem Zelt. Und mindestens für diesen Abend hieß es dann, du kommst hier nicht mehr rein. Wir schauen heute nochmal auf den Bau der Stiftshütte, denken da drüber nach und Sammy Stolz hat vor zwei Wochen schon darüber gepredigt und uns diese ganze Geschichte, dieses Baus der Stiftshütte in Gottes große Geschichte mit den Menschen eingeordnet. Und er hat mit uns kurz drüber nachgedacht, was war eigentlich am Anfang? Am Anfang diese perfekte Gemeinschaft von Gott und den Menschen im Garten Eden. Gott hat mit ihnen Zeit verbracht, er ist mit seinen Menschen spazieren gegangen, sie konnten reden, sie konnten ganz eng beieinander sein. Und dann haben die Menschen gesündigt. Das heißt, sie haben rebelliert. Man kann auch sagen, um im Bild zu bleiben von gerade, sie haben gegen die Hausordnung verstoßen, gegen die gute Ordnung im Garten Eden. Sie haben sich nicht an die Spielregeln gehalten, was Gott gesagt hat. Und Gott sagt, das kann ich nicht und das werde ich nicht tolerieren. Und er wirft die Menschen raus. Er stellt Engel vor den Garten Eden, vor dieses Paradies. Und diese Engel haben diese Botschaft Zutritt verboten. Du kommst hier nicht rein. Seit Adam und Eva sind ein paar Jährchen vergangen, aber das ist gleich geblieben. Der Zugang zum Paradies ist für Menschen erst mal verschlossen. Steht immer noch der Engel, der sagt, du kommst hier nicht rein. Wir können nicht einfach zu Gott kommen. Wir erfüllen von uns aus die Zugangskriterien nicht. Wir sind nicht gut wie Gott. Wir sind nicht heilig, wie er es ist. Und jeder, der das nicht glaubt, der muss ja nur mal die Bibel aufmachen und geh ins Matthäusevangelium, lese, was Jesus sagt in der Bergpredigt. Viele Menschen sagen heute, Bergpredigt finde ich super. Aber wenn wir das lesen, merken wir sofort, wenn das Gottes Ansprüche sind, das kann ich nicht halten. So gut, wie Gott das von mir möchte, bin ich nicht. Ich bin nicht heilig. Dass Gott also auch uns sagt, ihr kommt hier nicht rein in die Beziehung zu mir, in die Gemeinschaft mit mir, das sollte uns nicht erstaunen, das sollte uns nicht überraschen, was wirklich erstaunlich ist, was Gott dann tut. Er sagt nämlich, wenn ihr nicht zu mir reinkommen könnt, dann komme ich zu euch raus. Die ganze Bibel erzählt uns diese großartige Geschichte, dass Gott zu seinen Menschen kommt, die es nicht mehr von sich aus zu ihm schaffen. Und vor allem auch die Stiftshütte erzählt uns davon. Denn was ist das Bild? Was macht diese Stiftshütte anschaulich? Zuerst für Israel. Gott sagt, als sie diese Stiftshütte bauen, als er ihnen diesen Auftrag gibt in Kapitel 25, wir haben das gelesen, sie, die Israeliten, sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Ich komme und ich wohne mitten unter euch. Gott kommt zu Menschen und er stellt die Beziehung wieder her. Und wir lernen durch die Stiftshütte viel darüber, wie Gott das tut. Und wir sehen durch diese Geschichte, wenn Menschen dem heiligen Gott nahe kommen wollen, dann nur auf seine Art und Weise. Gott hat einen Plan, um die Beziehung wieder heil zu machen, aber es geht wirklich nur nach seinem Plan. Wir haben auch heute einen langen Text vor uns und ich werde auch heute nicht auf jeden Abschnitt und jedes Detail eingehen, aber ich hoffe, dass wir sehen, wie kommen Menschen in die Beziehung zu Gott? Wie hat er sich das gedacht? Wie können wir ihm wirklich nahe kommen? Und worauf weist die Stiftshütte eigentlich hin? Wir haben die Kapitel 30 und 31 in 2. Mose vor uns und ich möchte beten, dass Gott ja selbst zu uns spricht. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und so wollen wir beten, dass du uns erleuchtest, dass du uns den Weg zeigst durch dein Wort, wenn wir jetzt darauf hören und dass wir verstehen dürfen, was du uns hier sagen willst. Amen. Der erste Punkt ist dieses Kapitel 30 und die Frage ist, wie wird jemand eigentlich bereit zur Begegnung mit Gott? Das ist der erste Punkt, bereit zur Begegnung mit Gott und ich möchte uns aus diesem Kapitel mal nur die Verse 1 und dann 6 bis 10 lesen. Da heißt es, du sollst auch einen Räucheraltar machen aus Akazienholz. Und er wird jetzt in den nächsten Versen beschrieben mit ganz viel Gold, ganz edel ist dieser Räucheraltar. Und da heißt es ab Vers 6, und du sollst ihn setzen vor den Vorhang, der vor der Lade mit dem Gesetz hängt und vor den Gnadenthron, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, wo ich dir begegnen werde. Und Aaron soll darauf verbrennen, gutes Räucherwerk jeden Morgen, wenn er die Lampen zurichtet. Desgleichen, wenn er die Lampen anzündet gegen Abend, soll er solches Räucherwerk auch verbrennen. Das soll das tägliche Räucheropfer sein vor dem Herrn bei euren Nachkommen. Ihr sollt kein fremdes Räucherwerk drauf tun, auch kein Brandopfer, Speisopfer oder Trankopfer darauf opfern. Und Aaron soll an den Hörnern dieses Altars einmal im Jahr die Sühnung vollziehen mit dem Blut des Sündopfers, das zur Sühnung dargebracht wird. Solche Sühnung soll jährlich einmal geschehen bei eurem Nachkommen. Hochheilig ist der Altar dem Herrn. Gott gibt also den Auftrag, einen zweiten Altar zu bauen. Ich habe euch nochmal ein Bild mitgebracht von diesem Altar. Das ist jetzt nicht die Bundeslade, das ist der Räucheraltar. Sieht ähnlich aus, goldüberzogen, ist aber deutlich kleiner, war nicht wirklich größer als dieses Pult hier vorne. Und darauf sollte Räucherwerk verbrannt werden. Dieser Altar war im Heiligsten aufgebaut, vor dem Vorhang zum Allerheiligsten. Vielleicht können wir auch da nochmal die Skizze sehen. Hier ist der Vorhang, der das Heiligste vom Allerheiligsten trennt. Und das ist dieser Rauchopferaltar, der direkt davor platziert ist. Das Rezept für das Räucherwerk, was dort verbrannt werden sollte, das lesen wir dann ab Vers 34. Die Ausleger sind sich nicht einig, über die genaue Bedeutung dieses Rauchopfers. Was soll das jetzt genau heißen, dass dieses Räucherwerk da verbrannt wird? Die einen sagen, das hat anschaulich gemacht, wie Gott seinem Volk begegnet ist. Ja, Gott ist seinem Volk am Tag in einer Rauchsäule vorangezogen. Und jedes Mal, wenn du vor diesem Räucheraltar standst und das Räucherwerk nach oben abgezogen ist, war dort quasi sichtbar eine Rauchsäule. Gott ist ja auch in dieser Wolke auf dem Berg Sinai seinem Volk begegnet. Und das ist also dieses Bild, was manche Ausleger sagen, was das verbildlichen soll, diese Rauchsäule. Andere sagen, das Räucherwerk steht für die Gebete der Heiligen. Die Verbindung finden wir in der Bibel an verschiedenen Stellen, wo dieser Rauch mit den Gebeten verbunden wird. Wir finden das zum Beispiel schon im Psalm 141, Vers 2, wo es heißt, wo David betet, mein Gebet möge vor dir gelten als ein Räucheropfer. Wir sehen das auch im Neuen Testament an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in der Offenbarung. Da wird es sehr deutlich, diese Verknüpfung zwischen Rauchopfer und Gebeten. Kapitel 5, Vers 8 ist die Rede von goldenen Schalen, voll Räucherwerk. Und dann heißt es, das sind die Gebete der Heiligen. Also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, das ist das, was dieser Räucheraltar verbildlichen soll, anschaulich macht, die Gebete der Heiligen. Ich glaube aber, egal wie man das auslegt, eins ist ganz klar, es ist ein Ort der Begegnung, mit Gott. Da kamen die Menschen, da kamen die Priester Gott sehr nahe an diesem Räucheraltar. Sammy Stolz hat uns auch vor zwei Wochen nahegebracht oder mit uns darüber nachgedacht, dass ein Haus, wie man das einrichtet, wie man das konzipiert, die ganze Architektur, dass das viel über den aussagt, der da drin wohnt. Sammy hat gesagt, zeig mir, wie du wohnst und ich sage dir, wer du bist. Was verrät uns diese Platzierung des Räucheraltars hier an dieser Stelle vor dem Allerheiligsten über den Hausherrn? Was verrät das über Gott? Eine ganz wichtige Lektion. Du kannst nicht einfach in Gottes Gegenwart rein spazieren. Da muss viel vorher passieren, dass jemand an diesen Ort kommt, um Gott zu begegnen. Es gibt Zugangskriterien. Nur die Priester durften da rein und sie mussten sich gut vorbereiten. Jedes Mal, wenn ein Priester seinen Dienst dort im Heiligsten verrichtet hat, dann musste er vorbei an dem großen Brandopferaltar. Auch den seht ihr ja nochmal. Da haben wir letztes Mal ein Bild gesehen. Hier vorne, hier ist der Eingang. Erstmal der Brandopferaltar und da wirst du konfrontiert mit deiner eigenen Schuld, dass du ein Opfer brauchst, um zu Gott zu kommen. Und da wirst du konfrontiert mit der Schuld des ganzen Volkes. Alle sind dort an diesem Brandopferaltar und müssen dem Herrn opfern, um in die Beziehung zu ihm zu kommen. Vers 10 macht diese Verbindung so deutlich zwischen diesem ersten Altar am Eingang und zwischen dem Rauchopferaltar. Einmal im Jahr sollte dieser Rauchopferaltar, sollten die Hörner, die der auch hatte, mit Blut bestrichen werden von dem Sündopfer, was vorne gebracht wurde. Das ist eine direkte Verbindung. Du kannst nicht an den zweiten Altar kommen, in die Gegenwart Gottes, ohne am ersten Altar vorbeizugehen und dort dieses Opfer zu haben für deine Schuld. Und dann geht es noch weiter. Die Priester gehen dann auch nicht einfach von diesem Brandopferaltar schnurstracks in das Heiligste hinein, sondern sie kommen vorbei an einem ehrenen, an einem bronzenden Becken. Das wird uns in den Versen 17 bis 21 beschrieben. Ein Becken, was sie anfertigen sollten, auch das lese ich uns nicht, aber es war hier platziert, dazwischen und dort sollten die Priester ihre Hände waschen und ihre Füße waschen und sich reinigen. Das hatte sicher eine praktische Funktion, weil dieser Kult da am Brandopferaltar, das war eine blutige Angelegenheit. Da wurden die Tiere geschlachtet, da ging es schmutzig zu. Die Priester haben sich richtig dreckig gemacht und sie haben sich dort in diesem Becken waschen können. Das hat auch was mit Hygiene zu tun, Säuberung. Und doch ist es viel mehr als diese praktische Funktion. Es ist eine tiefe geistliche Funktion, die auch dieses Becken hat, weil es uns deutlich macht, auch nach so einem Opfer musst du noch gereinigt werden. Immer wieder. Du lädst neue Schuld auf dich. Du bist nicht rein aus dir selbst heraus. Und wir wissen das. Wenn du mit Jesus lebst, weißt du das. Das kann sein, du betest um deine Sündenvergebung. Du bist hier im Gottesdienst. Du feierst das Abendmahl, bringst deine Schuld zu Gott und du gehst vielleicht aus der Tür raus und schon das nächste böse Wort, schon der nächste böse Gedanke, schon die nächste Tat, die Gott nicht ehrt. Wir brauchen das immer wieder, diese Reinigung. Die Priester waren damit konfrontiert. Die ganze Stiftshütte, jeder einzelne Gegenstand musste geweiht werden, dem Herrn als heilig, mit einem ganz besonderen Salböl. Auch dafür ist hier die Rezeptur beschrieben, wie sich das zusammensetzen soll. Alles wurde eingerieben und dadurch wurde deutlich sichtbar, das ist heilig. Gott gibt also genaue Anweisungen, wie die Priester sich verhalten sollen. Wer sich diese Waschung, wer die nicht gemacht hat, der sollte sterben, lesen wir in Vers 21. Wer das Salböl, mit dem alles geheiligt wird, anders verwendet, als wie Gott es vorgesehen hat, der soll ausgerottet werden aus dem Volk, Verse 32 und 33. Wer das Rauchopfer nicht nach Gottes Ordnung bringt und es missbraucht, um es zum Beispiel selber zu genießen, um sich selber dran zu erfreuen, der muss sterben, heißt es in Vers 37 und 38. Alle diese Ordnungen unterstreichen, du kannst nicht einfach zu Gott kommen. Vorher muss was ganz Grundlegendes passieren. Es müssen mehrere grundlegende Dinge geschehen, dass du Gott nahe kommen kannst. Erstens, die Trennung muss überwunden werden. Das sehen wir an den ganzen Zäunen, an den ganzen Abgrenzungen in der Stiftshütte. Dass man nicht einfach rein spazieren kann. Es gibt eine Trennung und die muss überwunden werden. Das zweite, Blut muss fließen zur Vergebung für deine Schuld, die so groß ist, dass man die nicht einfach abbezahlen kann, nicht einfach abarbeiten, ableisten kann, sondern es muss wirklich ein Opfer gebracht werden auf dem Altar. Deshalb das Tieropfer, die extrem blutige Angelegenheit da. Es macht ganz anschaulich, ohne Blut vergießen, keine Beziehung zum heiligen Gott. Und dann das dritte, ein Priester muss für dich eintreten. Die Leute kamen Gott in der Stiftshütte nahe, aber sie kamen ihm nicht so nahe wie die Priester. Nur die Priester durften wirklich in das Heiligste hineingehen und sie standen dort stellvertretend für das Volk und sie haben dort gebetet, stellvertretend für das Volk zum Herrn. Gleichzeitig macht die Stiftshütte den Israeliten auf wunderbare Weise deutlich, Gott will uns wirklich nahe sein. So nahe, dass er mitten unter uns wohnt. Er überwindet die Grenzen, die es gibt. Er macht es möglich, dass wir frei werden von unserer Schuld und so die Zugangskriterien erfüllen. Er gibt uns die Priester, die für uns eintreten und die Beziehung zu Gott wiederherstellen. Durch die Stiftshütte wurde die tägliche Begegnung mit Gott möglich, mitten im Volk Israel. Und doch war das nur ein Vorgeschmack, man kann sagen, ein großes Hinweisschild auf das, was Gott noch schenken würde. Denn die Tieropfer und die Waschungen und die ganzen Regeln und die ganzen Rituale dort in der Stiftshütte, die konnten aus sich selbst heraus überhaupt nichts bewirken. Das Neue Testament räumt damit auf, mit diesem Missverständnis, das es auch heute noch gibt, dass manche meinen, im alten Bund, da war das so, da konnte man diese Dinge tun und dann war man gerecht vor Gott. Und wenn man diese Dinge halt gemacht hat, dass man diesen Opfern an sich einen Wert gibt und sagt, die Opfer an sich waren es, die gerettet haben. Im Neuen Testament lesen wir, zum Beispiel im Hebräerbrief, dass das überhaupt nicht stimmt. Nur ein Vers, Hebräer 10. In Vers 4 heißt es ausdrücklich, es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünde wegzunehmen. Ist erstaunlich, oder? Das haben die vielleicht so noch gar nicht gesehen dort im Volk Israel. Aber der Hebräerbrief sagt uns, es ist unmöglich, dass diese Böcke und diese Stiere die Sünde wirklich wegnehmen können. Es ist nur ein Bild, ein großes Hinweisschild, eine Vorbereitung, weil Gott uns noch viel näher gekommen ist als Israel in dieser Stiftshütte. Er wohnte nicht nur in einem Zelt bei seinem Volk, sondern er ist ein Mensch geworden, wie wir, ein Mensch aus Fleisch und Blut und er ist gekommen, um mit seinen Menschen zusammenzuleben. Jesus Christus ist Gottes Sohn und er ist gekommen und er hat Zeit verbracht mit den Menschen, er hat mit ihnen gegessen, er hat mit ihnen gelacht, ihn konnte man in den Arm nehmen, tatsächlich, man konnte ihn berühren. Jesus hat die Beziehung zu Gott wiederhergestellt und gleichzeitig, dieser Gott, der ganz Mensch wird, ist auch ganz anders als wir Menschen. Er war absolut heilig. Wir bekommen eine Ahnung davon, wenn wir das Neue Testament lesen, die Berichte über Jesus, zum Beispiel in Lukas 5, wo Petrus anfängt zu begreifen, wer Jesus wirklich ist. Und Petrus sagt nicht, cool, endlich begegne ich Gott, endlich kann ich dir mal in die Augen schauen und dich in den Arm nehmen. Sondern als es Petrus dämmert, mit wem er es da zu tun hat, als er langsam versteht, wer Jesus ist, da ist das Erste, was Petrus tut, er fällt vor ihm nieder, auf die Knie und er sagt zu Jesus, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat gesagt, das passt überhaupt nicht, ich darf hier nicht sein, da stimmt was nicht, Herr, geh weg von mir. Aber Jesus ging nicht auf Abstand, Jesus hat Sünder umarmt. Er zeigte ihnen Gottes Liebe, die Grenzen überwindet, alle Grenzen überwindet. Und der ultimative Beweis dafür ist, dass Jesus die Arme ausstreckt am Kreuz und dass er sein perfektes, sein heiliges Leben gibt und sagt, so sehr liebe ich euch, dass ich diese Strafe, diese Schuld, die ihr auf euch geladen habt, diese Strafe auch, dass ihr jetzt getrennt seid von Gott, dass ich die auf mich nehme, sodass ihr wieder kommen dürft, dass der Zugang frei ist. Er hat sein Leben gegeben als Opfer für unsere Schuld. Johannes der Täufer sagt über ihn, als er ihn sieht, seht das Lamm Gottes, das hinweg trägt, die Sünde der Welt. Dass kein Rind und kein Schaf und auch sonst kein Tier Blut machen kann, Jesus kann, sein Blut bezahlt unsere Schuld. Und er ist der eine wahre, hohe Priester, er allein kam, um uns wirklich vor Gott zu vertreten und unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Er überwindet dieses Verbot, ihr kommt hier nicht rein, indem er die Zugangsberechtigung erkämpft am Kreuz, für uns erringt. Es gibt wirklich einen Zutritt, es gibt einen freien Weg für die Beziehung mit Gott. Wir können dem heiligen Gott nahe kommen, der uns hier zeigt, in seiner ganzen Heiligkeit, in seiner auch Distanz, aber wir können ihm nahe kommen, weil Jesus das für uns getan hat. Jesus selbst sagt über sich im Johannesevangelium, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Und deshalb möchte ich das ganz persönlich fragen, bist du durch diese Tür gegangen? Vertraust du Jesus, dass er wirklich der ist, durch den du dem heiligen Gott, der dich gemacht hat, der dich geschaffen hat, mit deinen Begabungen, mit allem, was er in dich hineingelegt hat, dass er der Weg ist, die Tür, um Beziehung mit Gott zu haben. Dafür bist du gemacht, das ist die wichtigste Frage auch, ob du Jesus wirklich kennst, als deinen Retter, als deine Tür. Und es ist so wunderbar, dass Jesus wirklich diesen Weg frei macht, dass durch Jesus, es nicht mehr heißt, Zutritt verboten, sondern dass jeder, der zu Jesus kommt, von Gott ein lautes und ein fröhliches herzlich willkommen zugerufen bekommt. Du darfst kommen, du darfst reinkommen, du kannst jetzt bei mir sein. Die Stiftshütte war eine Vorbereitung darauf. Und wenn du dem noch ein bisschen nachgehen willst, nachspüren willst, lies nochmal den Hebräerbrief im Ganzen und du wirst es da entfaltet bekommen. Es ist wunderbar. Im Kapitel 30 enden diese Anweisungen für den Bau der Stiftshütte und als nächstes sehen wir, Gott gibt nicht nur den Plan, wie Menschen ihm nahe kommen können, sondern er führt und leitet auch die Umsetzung dieses Baus. Dass da nichts schief geht, dass der Plan wirklich so umgesetzt wird, wie Gott sich das vorgenommen hat, bis ins kleinste Detail. Ich möchte uns das lesen, wie Gott Menschen befähigt zum Bau. Er tut es durch seinen Geist und wir lesen das in Kapitel 31, die Verse 1 bis 6 lese ich mal. Und der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen, Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Judah und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit aller Geschicklichkeit, kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber, Kupfer, kunstreich Steine zu schneiden und einzusetzen und kunstreich zu schnitzen in Holz und jede Arbeit zu vollbringen. Und siehe, ich habe ihm beigegeben, Oholiab, den Sohn Ahisamachs vom Stamm Dan und habe allen Künstlern die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles machen können, was ich dir geboten habe. In den letzten Jahren gab es immer mal wieder Schlagzeilen über Planungsfehler am Bau, Dinge, die da richtig schief gelaufen sind. Den BER, den kennen wir alle in Berlin. Es gab auch die höchste Eisenbahnbrücke, die verläuft von Solingen nach Remscheid und die wurde so geplant, dass die Traglast dieser Brücke nur einen Zug tragen konnte ohne Passagiere. Eine Glanzleistung. Man hat es dann so gelöst, dass dieser Zug immer bis zur Brücke gefahren ist, dann sind alle Passagiere ausgestiegen, in Busse eingestiegen, unten durchs Tal, auf die andere Seite wieder hoch, der Zug ist über die Brücke gefahren und alle sind wieder eingestiegen. 30 Minuten, das kann man mal machen. Ja, wo Menschen was planen, wo Menschen was bauen, da geht schnell was schief. Und in dem Fall war es lustig für den Rest der Republik, für die Passagiere ärgerlich, aber hier beim Bau der Stiftshütte stand viel mehr auf dem Spiel. Es musste alles nach Gottes Plan sein. Er sagt es immer wieder, macht es genau so, wie ich es euch sage. Und Gott sagt aber nicht, ich lege mal die Latte jetzt hoch und jetzt macht mal und zeigt mal, ob ihr es schafft, sondern Gott sagt, ich verbirge mich selber dafür, dass dieser Bau klappt, dass das gut geht. Ich schenke die richtigen Bauleute, ich berufe sie mit Namen, ich weiß schon, wen ich da haben will. Ich will diesen Bezalel, ich will den Oholiab, ich habe sie schon vorbereitet. Noch wichtiger, ich habe meinen Geist in sie hineingegeben, dass sie wirklich diesen Bau so machen können, wie ich das möchte. Ich habe ihn erfüllt, heißt es, mit dem Geist Gottes, Vers 3, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit aller Geschicklichkeit. Das sind nicht fünf unterschiedliche Dinge, die da beschrieben sind oder fünf unterschiedliche Dinge gemeint, sondern es ist wirklich Gottes Geist, den er schenkt und der bewirkt all das. Der Geist bewirkt, dass diese Bauleute geschickt sind, dass sie weise sind, dass sie den Verstand haben, den Bau durchzuführen. Auch die Kunsthandwerker, alle mit Gottes Weisheit ausgestattet. Ihr Lieben, in der Gemeinde ist das nicht anders. Gott verbirgt sich dafür, dass dieser Bau, dass die Gemeinde so gebaut wird, wie es ihm gefällt. Er gibt seinen Geist dazu. Wir haben vorher die Worte aus Epheser 2 gehört, wo Paulus die Gemeinde als ein Bau Gottes bezeichnet. Dieses Bild gebraucht. Nicht ein Bau aus Stein, aus Beton, was auch immer, sondern ein Bau aus lebendigen Steinen und jeder einzelne Christ, der zu dieser Gemeinde gehört, ist ein solcher lebendiger Stein, der mit erbaut wird. Und jeder einzelne Christ, der diese Gemeinde mitbaut hat, Gottes Geist, hat seine Begabung durch den Geist, hat bestimmte Begabungen, die es braucht für den Bau der Gemeinde. Woran denkst du als erstes, wenn du an Geistesgaben denkst? Ganz viele denken da an spektakuläre Geistesgaben, denken zum Beispiel an Prophetie, was über die Zukunft vielleicht zu sagen, was Gott machen wird, was kommen wird und ich habe eine bestimmte Eingebung und ich kann es euch jetzt sagen. Gabe der Heilung oder vielleicht sogar Tode aufzuerwecken. Zungenrede, in anderen Sprachen das Evangelium weitersagen können, spektakuläre Dinge und das hat der Geist gewirkt und der Geist wirkt auch heute noch spektakulär in dieser Welt. Aber ist es nicht erstaunlich, wozu der Geist hier befähigt und begabt? Es sind ganz bodenständige Dinge eigentlich. Hier werden Menschen, die schon eine Gabe haben, die schon einen Beruf haben, die Kunsthandwerker sind, werden von Gottes Geist so befähigt, dass sie ihre natürliche Begabung, die in ihnen drin liegt, zu Gottes Ehre einsetzen können. Das ist ganz erstaunlich. Und auch das ist bis heute noch so. Ich höre immer mal wieder, auch in der Gemeinde, dass manche sagen, naja, in der Gemeinde, da gibt es geistliche Aufgaben und dann gibt es ungeistliche oder das sagt man eher nicht, aber organisatorische Aufgaben in der Gemeinde. Der eine macht das Geistliche, der andere macht was Organisatorisches. Pastor, du predigst, das ist geistlich, ich kann besser mit Zahlen umgehen und ich mache dann halt die Abrechnung. Mir ist schon klar, was damit gemeint ist. Natürlich, eine Buchung, eine Buchhaltung, das finden wir auch in der Welt, im Unternehmen. Und irgendwelche Putzdienste und Begrüßungen und so weiter, das gibt es auch in der Welt. Und trotzdem zeigt uns die Bibel, dass diese Unterteilung in geistig und ungeistig oder geistig und organisatorisch, das wird nicht der Gemeinde Gottes gerecht. Überhaupt nicht. Weil nämlich alle diese Dinge, auch ganz praktische Aufgaben, ganz praktische Dinge, die du übernimmst in der Gemeinde, was sehr Geistliches sein können. Etwas sehr Geistliches, wenn du sie aus Liebe zum Herrn tust. Wenn du sie tust, um das eine große Ziel mitzufördern, was Gemeinde hat, nämlich Menschen in die Beziehung zum Heiligen Gott zu bringen und dann in dieser Beziehung zu Gott tiefer zu führen, damit Gott verherrlicht wird. Das ist unser Auftrag, Menschen in die Beziehung zu bringen, dass wir darin wachsen und dass Gott dadurch die Ehre gegeben wird. Und jeder, der sich so einbringt, ob das jetzt in der Predigt ist oder im Putzdienst, ob das beim Beten ist oder beim Backen für die Gemeinde, für irgendeine Veranstaltung, ob das ist, dass du hier vielleicht ein Zeugnis teilst im Gottesdienst oder ob du Leute zu dir nach Hause einlädst und einfach Gastfreundschaft übst und so Gottes Liebe weitergibst. Es ist alles wichtig für den Bau dieser Gemeinde. Und es kann alles was sehr Geistiges sein mit dem richtigen Fokus. Ich möchte dich ermutigen, lass dich gebrauchen von Gottes Geist. Jeder Christ, ich sage es nochmal, hat Gottes Geist und Gott möchte jeden von uns dazu gebrauchen, diese Gemeinde zu bauen. Deshalb, wenn du da schon mitbaust, bau fröhlich weiter und wenn du dich nicht einbringst gerade, vielleicht, weil du dich zurückgezogen hast, vielleicht, weil du noch nie das auf dem Schirm hattest, dann fang damit an. Wir haben ja schon seit ein paar Jahren die Bettina Sülup in der Administration in unserer Gemeinde und sie tut einen wunderbaren Dienst und ein Teil ihrer Arbeit ist, dass sie auch Geschwistern hier in der Gemeinde hilft, ihren Platz zu finden, wo kann ich dienen? Und sie macht das wunderbar und glaubt mir, wenn ihr denkt, ich weiß ja nicht, wo kann man sich hier noch einbringen mit meinen Gaben, was kann ich da tun? Bettina wird einen Ort für dich finden, wo du dich wohlfühlst und wo du wirklich deine Gabe zu Gottes Ehre einsetzen kannst. Das bringt uns zum letzten Punkt, der uns nochmal in besonderer Weise vor Augen führt, was Gottes Ziel mit seinem Volk war. Worum geht es denn eigentlich? Es geht um die Beziehung zum Herrn. Dazu ist Israel berufen, dazu sind wir berufen. Und ich lese uns die letzten Verse in Kapitel 31, die Verse 12 bis 18. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Darum haltet meinen Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer ihn entheiligt, der soll des Todes sterben. Denn wer eine Arbeit am Sabbat tut, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Sechs Tage soll man arbeiten, aber am siebten Tag ist Sabbat, völlige Ruhe, heilig dem Herrn. Wer eine Arbeit tut am Sabbat-Tag, soll des Todes sterben. Darum sollen die Israeliten den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten, als ewigen Bund. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Israeliten. Denn in sechs Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am siebenten Tag ruhte er und erquickte sich. Und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berg Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes. Die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. Der Abschnitt endet für uns vielleicht ein bisschen überraschend mit dem Sabbat-Gebot. Warum dieses letzte Wort, diese letzte Ermahnung auch? Es ist eine scharfe Ermahnung. Ich meine, hier stand die Todesstrafe in Israel drauf. Wieder erinnern wir uns daran, politisches Gesetz, das gilt heute nicht mehr, aber die Bedeutung dieses Ruhetags wird hier sehr, sehr deutlich. Warum dieses Wort hier nach 40 Tagen und 40 Nächten, die Mose auf dem Berg war mit Gott, bevor er jetzt wieder hinabsteigt zu den Israeliten. Gott macht hier ganz deutlich, was ihm am wichtigsten ist und auch was für sein Volk am wichtigsten sein soll. Und das ist wirklich die Beziehung zu Gott. Der Sabbat war ein besonderer Tag, ein ganz besonderer, ein heiliger Tag zur Ausrichtung auf Gott. Ich hoffe, ihr habt es gesehen, dass es darum ging, dass sich dieses Volk ausrichtet auf seinen Herrn. Es geht gar nicht darum, jetzt einfach einen Tag mal die Füße hochlegen, sondern das Besondere an diesem Tag war, zu Gott zu kommen. Vers 14, er ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Gott schenkt also seinem Volk nicht nur einen Ort, wo sie ihm begegnen können, wo er ihnen nahe kommt und wo sie ihm nahe kommen. Er schenkt den Israeliten auch einen Tag, eine ganz besondere Zeit, wo sie vor ihm zur Ruhe kommen dürfen. Wo sie die Gemeinschaft mit Gott in besonderer Weise pflegen. Wie wichtig ist dir der wöchentliche Ruhetag vor Gott? Ihm einmal in der Woche auf besondere Weise nahe zu kommen. Ich gehe mal davon aus, da ihr alle hier seid, das ist euch schon wichtig. Es ist ein besonderer Tag. Wir feiern heute Gottesdienst. Wir richten uns aus auf unseren Gott. Aber manche sagen, naja, also dieses Sabbatgebot, so wichtig ist das heute nicht mehr. Jesus hat das ja nicht explizit bestätigt. Und er hat ja auch gesagt, also der Sabbat, der ist ja nicht um Sabbatswillen da, sondern der ist für den Menschen da. Also es ist nicht ein Mittel, wo Gott uns irgendwie knechtet und zusetzen will, sondern er will uns was Gutes tun. Und manche sagen, ja, dann brauche ich den ja nicht. Dann ist er ja verzichtbar. Aber nichts ist weiter weg von dem, was Jesus wirklich sagen will. Jesus hat den Sabbat gehalten. Jesus ist am Sabbat in die Synagogen. Er hat Gottes Wort selber gelehrt. Er hat es sehr ernst genommen. Er wollte nur korrigieren in seiner Zeit so eine gesetzliche Haltung zum Sabbat, die gar nicht dem Kern gerecht wurde, was Gott sich dabei gedacht hat, weil es eben nämlich nicht darum ging, wie viele Schritte mache ich und wo packe ich noch mit an oder so, sondern es ging darum, Gott zu begegnen. Und es kritisiert Jesus und es rückt er gerade. Aber der Sabbat, dieser Feiertag, dieser Ruhetag einmal in der Woche, er war so wichtig, dass Gott sagt, das mache ich zu einem meiner zehn Gebote. Und so wie wir bei allen anderen Geboten auch sagen, die haben eine bleibende Bedeutung für uns auch als Christen, so ist das auch mit diesem Ruhetag. Er hat eine bleibende Bedeutung auch für uns. Nicht in erster Linie als ein Tag, an dem du die Füße hochlegst, auch wenn man das am Sonntag machen kann und auch gerne darf. Das ist völlig legitim, aber es ist nicht der Kern des Sabbats. Dass ich dann mal endlich in die Berge fahren kann, dass ich dann mal endlich den ganzen Tag Serien schauen kann. Die Bibel spricht hier und an anderer Stelle ganz anders über diesen Ruhetag. Es geht in erster Linie darum wirklich, wie ich gesagt habe, dass wir Gottes Nähe suchen, dass wir bei ihm zur Ruhe kommen, bei ihm auftanken. Und natürlich brauchen wir das nicht nur einmal in der Woche, sondern jeden Tag. Aber wir wissen alle, wie das ist. Du schaffst es vielleicht morgens eine gewisse Zeit, eine stille Zeit zu haben, vielleicht nochmal am Abend. Aber es kann doch nicht das ersetzen, sich wirklich mal intensiv auf Gott auszurichten einmal in der Woche, in so einem Gottesdienst, in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Es ist was anderes. Ich kann es vielleicht vergleichen mit dem Eheabend, den viele Ehepaare einmal in der Woche machen, als eine besondere Zeit, wo man miteinander länger redet, wo man Zeit miteinander hat, vielleicht miteinander spielt, was auch immer. Die Gemeinschaft wirklich genießt, die Gemeinschaft fördert. Natürlich braucht man das auch im Alltag. Ein liebes Wort, dass man füreinander da ist, aber so ein Abend stärkt die Beziehung. Ganz ähnlich ist das mit diesem Ruhetag vor Gott. Es ist ganz interessant, dass dieses Sabbatgebot direkt nach den Anweisungen für diese Handwerker kommt. Es ist so, als wollte Gott ihnen sagen, ihr Lieben, es gibt noch was wichtiger ist als eure Arbeit, selbst die Arbeit an der Stiftshütte. Pflegt die Beziehung zu mir. Und besonders wichtig ist dafür der Gottesdienst, dass wir in sein Haus kommen. Nicht ein Haus aus Steinen, sondern wirklich dieses Haus aus lebendigen Steinen, dass wir diese Gemeinschaft als Christen haben. Wenn wir zusammen singen, wenn wir beten, wenn wir auf Gottes Wort hören, wenn wir Gemeinschaft haben, dann stärkt das nicht nur unsere Beziehung untereinander, sondern auch unsere Beziehung zum Herrn. Ich hoffe, dass du das so erleben darfst. Wir planen ab August hier in dieser Gemeinde eine Veränderung unserer Gottesdienste. Manche von euch haben das gelesen, sicher viele haben das gelesen in unserem Brief, den wir Ältesten geschrieben haben an die Gemeindemitglieder. Wir wollen gerne im Abendgottesdienst eine zusätzliche Möglichkeit schaffen für Gemeinschaft und wollen den deshalb verändern. Er wird nicht mehr so sein wie bisher, dass man dort noch mal die gleiche Predigt hört wie am Morgen, dass eine ganz ähnliche Liturgie ein ähnlicher Ablauf ist wie morgen. Dort wird mehr Zeit sein für Gebet, dort wird mehr Zeit sein für Zeugnisse. Es soll eine Möglichkeit sein, um genau das noch mal zu stärken, den Ruhetag besonders zu machen als einen Tag, an dem wir uns als Gemeinde gemeinsam auf Gott ausrichten. Manche haben schon gesagt, boah, das klingt sehr anstrengend, muss ich jetzt am Sonntag zweimal in die Gemeinde kommen. Und ich möchte euch beruhigen, keiner muss das, das ist nicht unsere Idee dahinter. Es ist völlig legitim zu sagen, das schaffe ich nicht, das ist mir zu weit, noch mal reinzufahren. Aber ich bin mir ganz sicher, dass viele, die dieses Angebot wahrnehmen, die kommen werden, noch mal abends in diese Gemeinschaftsgottesdienste, die was von dem Segen erleben werden. Das soll nicht was sein, was uns knechtet und Schwierigkeiten bereitet, sondern das soll Segen bringen, uns ausrichten für eine neue Woche, wo wir wirklich diese Kraft vom Herrn brauchen. Wenn du sagst, mir zu viel, das ist mir zu anstrengend, bleib zu Hause, das ist völlig legitim, aber ich glaube, es wird wirklich ein Kraftort werden. Ich habe das selber erlebt in anderen Gemeinden, die so einen Abendgottesdienst hatten, was es für ein Segen sein kann, wie besonders das ist, den Tag mit dem Herrn zu beginnen in der Gemeinschaft und ihn zu beenden. Aber egal, ob du in Zukunft ein oder zwei Gottesdienste am Sonntag mit feierst, jeder Gottesdienst, den wir gemeinsam feiern, ist ein Zeichen, wie schon damals in Israel. Es ist ein Zeichen für uns. Wir erinnern uns an unseren guten Herrn und es ist ein Zeichen für diese Welt. Ein Gottesdienst macht ganz viel sichtbar davon. Gott selber ist uns Menschen nahegekommen. Und dank Jesus Christus ist der Weg zu ihm frei und wir können ihm nahe kommen. Preis dem Herrn. Lasst uns beten. Und Vater, dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir, wenn wir über diese Geschichte Israels nachdenken, dass wir das mit dem Neuen Testament in der Hand tun dürfen und dass du uns zeigst, die Opfer, diese Trennungen der Priesterdienst, sie waren ein Schatten, sie waren ein Vorbild für das, was Jesus Christus ein für alle Mal erfüllt hat. Wir danken dir, dass Jesus für uns sein Leben gegeben hat am Kreuz, dass sein Blut für unsere Schuld geflossen ist und dass wir frei aus deinem Gerichtssaal gehen. Wir danken dir, dass vor dem Paradies, vor deiner neuen Welt kein Schild mehr für uns steht, Zutritt verboten, sondern dass du sagst, herzlich willkommen, jeder, der glaubt, darf kommen. Herr, das ist so ein Geschenk und wir freuen uns darüber und wir feiern das und wir wollen beten, Herr, dass wir wirklich darin wachsen, deine Nähe zu suchen, Tag für Tag, aber ganz besonders auch an diesem Ruhetag, den du uns schenkst, einmal in der Woche. Wir sind dir sehr dankbar dafür, dass auch in unserem Land dieser Tag geehrt wird, dass es wirklich ein Ruhetag ist, noch weitestgehend und dass wir unsere Arbeit ruhen lassen dürfen, um uns ganz auf dich auszurichten. Herr, hilf uns, den Sabbat so zu leben, den Ruhetag so zu feiern, dass wir wirklich dir nahe kommen und von dir erfrischt werden. In Jesu Namen. Amen.